ich pass mich dir an okay er in der Ruhrt ich spiele den ja doch das Render und und gewissert und in welchen von beiden zu haben jetzt sicher immer noch besser denn der sich der voll neugierig dessen war dort ist man ach so ist ein Hexen-Meißer und Wallachs zu wissen worden muss der Unterschied zwischen Wollock und vielleicht kann der Wollungsmüse vielleicht kann der Fächer beschwören das wäre cool ne ja nimm den mal einfach ist ja egal wir können ja einfach eine neue Runde anfangen ja das musst du irgendwie aufholen solche auch leicht stellen wenn ich du wär würd ich Dings nehmen Wizard weil ich glaub dieser Ranger ist voll langweilig der kann nur Bögen ich hab nur Schüsse von dem gesehen und sonst nichts was soll ich es auf easy noch stellen oder ich weiß nicht guck mal weiter was gibt es noch so bis wie hoch geht das ja bis auf hart ganz normal drei Schwierigkeitsstufen dann würde ich Medien nehmen oder gerade Junge sind doch keine Pussis hat schaffen wir eh nicht ja okay dann dann fangen wir mit Medium an wir können sind nachher noch hoch oder runter schrauben das ist ein bisschen wenn du musst du irgendwo ein Haken setzen oder so was so er ist bei der Diestein wir haben es man schauen nicht ich kann die steuern gar nicht schon ach ich habe kein Zornes müssen zu dem anstellen okay wer ist die zum Taufen muss meine Maus nicht immer noch was nicht ach so Moment das ist das hat und das zu halten ja aber komplett und was siehst du Prozent mit nach hinten drücken also Falltaste links okay 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 dann habe ich die steuerung schon okay gibt hier nur zwei angriffe oder wo ist denn der zweite bei mir kann ich hier nach links und das ist nach oben dass die auto attack anscheinend ach du bist in nachkämpfe oh wow okay oh 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 woher ist gut das sind zwei oder was er auch mal nach hinten und manchen nach hinten drücken ach und du hast du so ein so ein wenigstens nennen ja ja den Kuh und den Prozent ich glaube wir müssen doch auf hart stellen wir sind zu krass ja so ist es sie dachten wir brauchen noch ein Spiel ja ach wo bist du ich bin äh rechts gewesen so bohr man ist auch nicht begrenzt das Grün wie begrenzt dass der eine weiterläuft so was ich weiter kann halt ne haben die halt dazu gelernt auszug von Nintendo zeiten was überhaupt Schaden also im Nahkampf ja also also Schaden der auch klar geht mein ja wie ist es mit dem Leben so im Nahkampf ich hab jetzt das doppelte als du und ich hab Hälfte verloren auch stimmt stimmt dann nimm mal die Äpfel da ö ö ö das da hast du den Schlüssel ohne Rund zu deinem Herzen zu meinem Herzen ja du alter Robo so jetzt bauen wir nur noch das Schloss was ist das das ist man auch nach meiner Erdmann die Gäste ich will werden da wo es Monster gibt ist man immer richtig so findet man raus ob man noch den richtigen Weg ist ja so ist auch die Fertilte sind hier noch mal rüber das ist eine Diskette sind Speicherplatz ab es kämpft nicht schon voll vergessen wie die dinge aussehen und ach ich hab keinen mana mehr so alle meine bombe oh gott ach wir haben hier vier leben die vier welche vielen oben was so in der mitte also das aufpassen ist nur sechs ein paar äpfel und die ecke ja das grüßchen ich bin tot heftig jetzt hast du ein leben verbraucht jetzt schon ja wir sind schon voll weit wo man sich so gedenkisch klar wir sind schon kurz vorm ende des spiels so krass halt ich hier levelt man auch gar nicht das ist einfach nur überleben wie kannst du das hier nicht irgendwie öffnen mit dem schlüssel oder so nee ich hab keinen schlüssel jetzt nicht mal kannst du gegen schießen dann kannst du es dann glaube ich öffnen mach und ich schießt doch mein ding rein boah wo wird das gold angezeigt ich hab keine ahnung oh gott die die haben fernkampf attacken also so wie habe ich gar nicht gesehen da drin sind noch ein paar das hast du nicht kommen sehen mach die mal fertig ja guck mal die range seien von mir das hört da doch schon auf außerdem habe ich nur noch sieben leben hol die oben äpfel da sind welche ich muss mir erstmal den wertvollen loot holen ach da ich hab keine ahnung wann wann man das gold ausgeben kann irgendwie oder wie viel man überhaupt hat steht nirgendwo ach 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 geht er fast tot ach 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 ich hab auch viel meiner verschwindet ach 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 du ach ich habe einen herren schlüssel Was geht bei dir da so? Ja, ist schön. Bisschen boxen. Für mich sind hier voll viele dieser Würmer. Manchmal schlägt man da nicht zu. Hä, das ist ja voll scheiße. Wieso? Was los? Manchmal schlägt er gar nicht zu. Komm mal her, ich hab hier das nächste Tor. Du bist ein... Lass dich einfach rein... Ja, aber da ist voll viel los. Bisschen. Hier ist schon der nächste Schlüssel. Bisschen. 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 Hier teufel viel los. Also ich weiß auch nicht, warum der jetzt manchmal nicht zuschliegt. Oh, was geht ab? ja wir haben das erste Gebiet geschafft ja wir sind so gut ey boha was auf die Flüssigkeit ist einfach ohne Mittel oh oh oh, halt euch auf zurück Jungs komm du erstmal so weit ja ach oh, da ist so ein Ultra-Fisch zwischen alter, der macht so viel Schaden oh, diese Range-Dinger musst du killen, ich schaff die nicht wenn ich mich dir näher, dann killen die mich voll okay Vielen Dank.